Wer ist verletzt? Na, Gatom. Sniper ist bereit. Oh, du hast mich entdeckt. Wer braucht meine Hilfe? Meine Wörter hat lichten, Soldat. Okay, schon unterwegs. Mein Arztkoffer steht schon bereit. Okay. Bitte, schon unterwegs. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Wo sind die Verwundeten? Ja. Was ist passiert? Okay. Okay. Die Fahrt kann losgehen. Was ist passiert? Was ist passiert? Kommand nicht weiter. Was ist passiert? 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 Wir sind mit dem Ziel. Wir sind mit dem Ziel. Ok. Ok. Unterbüschung! Schwer auf. Chell los. Ich bin mit dem Ziel. Obro. 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 Los! Also Lock It! Okay! Die Fahrt kann losgehen. 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 Okay. Zavadi motor. Давай, zavadi. Zavadi motor. Zapuskaj Wenger. Ataquo! Давай, вперед. Вперед. Zapuskaj Wenger. И огонь! Okay. Zavadi motor. Не тронулись. Okay. Да, продолжайте. Давай. Okay. Не тронулись. Давай, zavadi. Los, vigo. Okay. 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 We are. Let's go. Okay. Okay. Vorwärts, Kameraden! Bewegung! Periode? Okay. Pohlechale! Давай! Давай! Hier, Herr Kommandant. Хорошо, пошli. Снова в путь? Ммм. Я готов. Заводи мотор. Поехали. Не тронулись. Лос, бегом! Что ваших указаний? Okay. Also, los geht's! Давай! Давай, заводи! Поехали! Ich warte auf Anweisungen. Мои взяты отличные солдаты. Ваши приказания. Los! Bewegung! Все, идет по плану. Okay. Запускай, верьте. Давай, заводи! Давай, вперед! Уже не идем! Давай! Запускай, верьте! Запускай, верьте! Заводи мотор! Заводи мотор! Давай, вперед! Los! Los, Bewegung! Unter Beschuss! Werden geschossen! Also, los geht's! Vorwärts, Kameraden! Vorwärts, Kameraden! Vorwärts, Kameraden! Vorwärts, Kameraden! Vorwärts, Kameraden! Strom unterwegs! Die Fahrt kann losgehen! Vorwärts, Kameraden! Vorwärts, Kameraden! Los, Bewegung! Vorwärts, Kameraden! Die Fahrt kann losgehen! Und die Worte! Die Fahrt kann losgehen! Die Fahrt ist in der Worte! Sieh das, in die Stadt! Das war's für heute. Vorwärts, Kameraden! Los! Los, Bewegung! Los, Bewegung! Zerva demator! Ok! 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 Da! Prodluzi! Zuiyo! Ich bin getroffen. Der Weg ist bloquiert. Abweite Überraschung. Feuer frei! Wir haben zu wenig Munition. Wasche Kassaden? Abweite! Wir haben zu wenig Munition! Okay. Also los geht's! Schon unterwegs. Wasche Kassaden? Wir träumten. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Kein Vor- und Zurück mehr. Uži nilgem. Uži nilgem. Vorwärts, Kameraden. Astarosna! Ataque s воздуha! Die Fahrt kann losgehen. Befehl? Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Befehl? Aufgabe klar. Befehl? Also los geht's! Zapuskaj, Lerich. Ubalib mina! Ich warte auf Anweisung. Die Fahrt kann losgehen. Ausweitsk potasen? Die Fahrt kann losgehen. Sieht deine fels indicating Mountusement II! Okay. Aufgabe klar. Vorwärts, Kameraden. Okay. Los. Verstanden. Wir befinden uns unter Beschuss. Aufgabe klar. Schon unterwegs. Die Fahrt kann losgehen. Wir befinden uns unter Beschuss. Feind in Sicht. In Deckung. Wir werden beschossen. Williab. Zapusch ein Wienchen. Also, los geht's. Aufgabe klar. Fahrzeug meldet sich. Okay. Meine Werte hat nichts zu sagen. Wir sind nicht 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 zu sagen. Vorwärts in Richtung Tierpunkt. Ich warte auf Anweisung. Vorwärts, Kameraden! Ja, ich bin bereit. Ja. Also, los geht's! Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Wir werden beschossen! Zu Befehl, Herr Kommandant. Kasselt, 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 Kasselt! Strom unterwegs. Aufgabe klar. Kackpots im Visier. Superstrahl, Polar. Superstrahl, Polar. Schau, lass uns mal wohl. Befehl Wie lautet der Befehl? Vorwärts in Richtung Zielpunkt Die Fahrt kann losgehen Gott, sie schreien in uns! Glotni Guns, dir wird es leichter Wo ist der Kommandier, Soldat? Herr General Paulus, hier. Geil mir, Karl. Herr Kommandier, Sie müssen nicht nachdenken. Nehmen Sie, Kommandier, legen Sie ihn zurück. Wie ist er? Ich werde leben, Gerd General. Aber wie Russisch? Alles in Ordnung, сынок. Aber das ist schon meine Probleme. Du hast gut gearbeitet, aber jetzt muss ich dir отдыхen. Aber Gerd General... Ich versuche, dass du dich in den Ballen geheimd hast. Das ist wichtig, dass du meine приказes bestätigst. Und dann musst du schnell aufhören. Aber wie meine Leute? Jetzt sind sie wie герои. Wenn du vollständigst, dann kannst du sie wieder zurückkommen. Siegare aus Kuba. Ich habe sie mit einem Freund, auf den Tag herbe. Ein paar mehr mehr. Aber du kannst du noch ein paar, wenn du willst. Danke, Gerd General. Vertraue und glaube, es hilft, es hilft, es hilft, es heilt. Untertitelung des ZDF, 2020